Willkommen Leute zu einem neuen Video. Heute geht es mal wieder zur Motorradwelt Bodensee und zwar ist heute Samstag der, 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 ich muss jetzt selber erst mal spannen, der 26. Genau, heute werde ich auf jeden Fall auf die Motorradwelt gehen und ich bin mal gespannt was es so gibt, welche neuen Motorräder, welche alten Motorräder, welche Szenen wie vom letzten Jahr, welche wieder von diesem Jahr und lasst euch einfach überraschen, ich führe euch mal rum. Servus Leute, Willkommen zu einem neuen Video von Britex und Taki. Wir sind gerade auf der Motorradwelt in Friedrichshäfer, da filmen wir mal nun, gucken mal nun, ja guckt die mal um, ja so ist es gut. Tollen Marken kommen natürlich erst hinten, aber immerhin sind YouTuber hier, ich wurde auch schon öfters erkannt, er auch. Also jetzt komm mit, wir gehen jetzt ein bisschen. Bis zum nächsten Mal.